ja hallo leute und herzlich willkommen auf meinem youtube kanal dividenden tv dein kanal für den langfristigen vermögensaufbau mein name ist david und heute geht es einmal um ein unternehmen das vielleicht noch nicht jeder von euch auf dem schirm hat nämlich das unternehmen fuchs petroloop ein schmierstoffhersteller aus dem mdax die dividendenjäger unter euch werden von fuchs petroloop vermutlich schon einmal gehört haben denn unter dividendeninvestoren ist das ein sehr beliebtes unternehmen ja warum gerade fuchs petroloop ihr hattet wieder die wahl und habt abgestimmt zwischen fuchs petroloop und meyer mellenhoff das wäre mal das erste österreichische unternehmen gewesen aber knapp 80 prozent der stimmen für fuchs petroloop also ganz eindeutige entscheidung und somit kommt heute die analyse und auch nächste woche habt ihr wieder die chance abzustimmen dieses mal stehen home depot der größte baumarkt der usa und waste management eine der größten portfolio positionen von bill gates zur auswahl ich bin gespannt wer das rennen macht und ihr könnt dieses mal wieder abstimmen entweder hier rechts oben im eck direkt auf youtube oder auf meinem instagram account dort heiße ich auch dividenden tv ich habe beide unternehmen noch nicht im depot aber auf der watchlist und daher ist für mich selbst auch eine analyse natürlich besonders interessant bevor es nun aber mit der analyse zu fuchs petroloop losgeht noch einmal kurzer disclaimer auf diesem kanal findet wie immer keine anlage beratung und keine aufforderung zum kauf statt jeder kann mit seinem geld selbst entscheiden in was er investieren möchte und sollte dies nicht nur aufgrund des videos tun ja kommen wir zur geschichte von fuchs petroloop das unternehmen wurde bereits im jahr 1931 gegründet von rudolf fuchs und damals komplett ohne kapital das geschäft entwickelte sich aber so gut dass rudolf fuchs bereits 1936 die erste fabrik baute und sich vom händler für schmierstoffe zum hersteller wandelte der zweite weltkrieg traf das unternehmen natürlich sehr stark aber es überlebte und half beim wiederaufbau der deutschen wirtschaft 1960 war es dann soweit dass der sohn von rudolf fuchs nämlich doktor manfred fuchs das ruder im unternehmen übernahm und er machte aus dem damals noch kleinen unternehmen eine riesige erfolgsgeschichte 1985 kam fuchs petroloop dann an die börse und mit dem eingesammelten kapital konnte die internationale expansion gestartet werden und das wachstum beschleunigte sich das unternehmen wird heute in dritter generation fortgeführt nämlich im jahr 2004 übernahm stefan fuchs den vorstands vorsicht und so wurde aus fuchs petroloop dem ein mann betrieb der größte unabhängige schmierstoff hersteller mit über 5000 mitarbeitern ja kommen wir zur branche der schmierstoff markt allgemein wächst nur noch sehr langsam doch durch forschung und entwicklung werden immer bessere schmierstoffe hergestellt und diese zu immer höheren preisen verkauft so dass der umsatz und gewinn von fuchs petroloop immer weiter steigen kann und ganz allgemein schmierstoffe werden überall da verwendet wo sich teile bewegen und durch die beste qualität bei schmierstoffen kann langfristig für die unternehmen sogar geld gespart werden denn die maschinen halten dadurch deutlich länger ja wie bereits erwähnt ist fuchs petroloop zum größten unabhängigen schmierstoff hersteller der welt aufgestiegen und kann durch geschickte übernahmen kleinere unternehmen im schmierstoff bereich aufkaufen und so den umsatz und gewinn noch zusätzlich steigern als chance für die zukunft sehe ich die automatisierung und robotik denn überall wo maschinen arbeiten wird auch schmierstoff benötigt und so denke ich dass der schmierstoff markt langfristig steigen wird ja ein schmierstoff hersteller das klingt sicherlich nicht so interessant wie ein unternehmen das sich mit ki oder cloud computing beschäftigt aber investoren die schon lange in fuchs petroloop investiert sind haben sicherlich ihre freude mit dem unternehmen denn fuchs petroloop hat es geschafft über viele jahre hinweg die dividenden und gewinne zu steigern und so auch für steigende aktienkurse zu sorgen ja für mich ist fuchs petroloop ein klassisches unternehmen aus dem emdax ein familienunternehmen das sich in einer nische spezialisiert hat und hier die weltmarkt führerschaft erreicht hat innerhalb dieser schmierstoff branche ist fuchs petroloop aber sehr breit diversifiziert mit über 10.000 schmierstoffen und über 100.000 kunden sehr breit aufgestellt außerdem arbeiten bereits über 5000 mitarbeiter für fuchs petroloop und über 400 davon im bereich forschung und entwicklung ja aber wie das immer so ist gibt es auch bei fuchs petroloop keine chancen ohne risiken und risiko nummer eins ist gleich die konjunktur wenn die weltwirtschaft nicht mehr weiter wächst wird auch der markt für schmierstoffe nicht mehr weiter wachsen können aber dies ist natürlich nur vorübergehend wenn die konjunktur wieder anzieht wird auch der schmierstoff markt wieder weiter wachsen können als risiko nummer zwei dass die meisten fürchten und was vermutlich auch zum kursturz in den letzten wochen und monaten geführt hat ist der wandel der automobil branche man weiß nicht wo sich das ganze hin entwickelt aber auf dieses risiko gehe ich später noch genauer ein und nun zeige ich euch im geschäftsbericht von fuchs petroloop ein paar interessante grafiken und danach sehen wir uns die zahlen noch im aktienfinder etwas genauer an ja und hier sind wir schon im geschäftsbericht von fuchs petroloop und natürlich wenn wir uns mit dem risiko der automobilindustrie auseinandersetzen ist es natürlich zuerst mal interessant wie hoch ist überhaupt der umsatz der in der automobilindustrie erwirtschaftet wird und hier sehen wir schon automobilindustrie fahrzeugbau und zulieferer betrifft 31 prozent das ist der größte bereich allerdings gibt es auch viele andere bereiche wie eben energie und bergbau handel transport und dienstleistungen auch ein großer bereich landwirtschaft und baugewerbe maschinenbau verarbeitendes gewerbe inklusive chemieproduktion und wie teilt sich der weltsch mir stoff bedarf eigentlich regional auf nur 19 prozent in europa 27 prozent in nord und südamerika und schon mehr als die hälfte 54 prozent in asien pazifik und der restlichen welt ja und hier haben wir auch noch eine ganz interessante seite im geschäftsbericht hier sehen wir nämlich bei fuchs petroloop gibt es nicht nur eine aktie sondern es gibt eine stamm und eine vorzugs aktie hier ist das ganz schön beschrieben es gibt 69,5 millionen stamm aktien und genauso viele vorzugs aktien von den vorzugs aktien sind 100 prozent im streubesitz man muss wissen bei den vorzugs aktien hat man kein stimmrecht dafür eine etwas höhere dividende pro aktie bei den stamm aktien sieht etwas anders aus die familie fuchs hält 55 prozent und somit auch die kontrolle der stimmrechte über das unternehmen und nur 45 prozent sind im streubesitz nun natürlich die spannende frage welche aktie sollen wir kaufen für mich ganz klar die stamm aktie denn diese ist etwas günstiger und somit ist die dividendenrendite bei der stamm aktie sogar höher als bei der vorzugs aktie und noch dazu gibt es ein stimmrecht obendrauf also ich würde mich auf jeden fall für die stamm aktie entscheiden und nun sehen wir uns noch eine spannende folie in der präsentation von fuchs petroloop an hier habe ich nämlich noch eine sehr schöne folie gefunden die noch mal auf die thematik der automobilindustrie eingeht und wir sehen hier schon hier sind aufgelistet ice steht quasi für die normalen verbrennungsmotoren hiv hier für das hybrid betriebene fahrzeug und das elektrofahrzeug und hier wird sehr schön aufgelistet wo man eigentlich diese schmierstoffe noch benötigt benötigt beim motoröl natürlich nur beim hybridfahrzeug und beim verbrennungsmotor beim elektroauto nicht aber wir sehen ja schon es gibt auch einige punkte wo man sogar beim elektroauto mehr schmierstoffe braucht als beim verbrennungsmotor und hier sind auch einige punkte aufgelistet die unabhängig vom antrieb in jedem auto gebraucht werden also es kann natürlich schon sein dass durch den wandel im automobilbereich etwas weniger schmierstoffe benötigt werden allerdings wird es nicht so dramatisch sein denn auch in elektroautos reiben teile aneinander und man wird die schmierstoffe brauchen und darum sehe ich das nicht so problematisch außerdem weiß man noch gar nicht welche technologie wird sich wirklich durchsetzen und wie schnell wird das ganze dann wirklich umgestellt sein es werden meiner meinung nach noch lange auch herkömmliche verbrennungsfahrzeuge unterwegs sein so und nun sehen wir noch in den aktienfinder hier habe ich fuchs petro loop bereits ausgewählt wir sehen hier das unternehmen erhält eine auszeichnung vom aktienfinder und zwar den dividendenbunker zeichnet eine aktie aus die mit höchster wahrscheinlichkeit auch in zukunft dividende ausschütten wird bedingungen dividenden steigerung seit mindestens zehn jahren und jährlicher zuwachs der dividende auf fünf jahre mindestens fünf prozent und eine stabilität des gewinns von mindestens 0,8 und eine stabilität der dividende von mindestens 0,8 also auf jeden fall schon mal ein qualitätsmerkmal und wir werden uns auch in zukunft über dividenden von fuchs petro loop freuen dürfen der kurs steht aktuell bei 40,84 das ist die vorzugsaktie im bereich rohstoffe tätig die marktkapitalisierung beträgt knapp über fünf milliarden euro also kein riesiges unternehmen aber doch schon ein ordentlich großes dass es immerhin in den mtax geschafft hat die dividende wird einmal im jahr gezahlt dividendenrendite aktuell 2,33 prozent hier sei noch mal gesagt wenn wir die stammaktie kaufen haben wir eine etwas höhere dividendenrendite ausschüttungsquote auf den gewinn bei 51 prozent beim cashflow ist das hier etwas stärker schwankend dividenden steigerungen seit jahren haben wir schon 14 steigerungen in folge gesehen das ist für deutsche verhältnisse auf jeden fall ein sehr guter wert dividende nicht gesenkt seit 25 jahren also fast ein inoffizieller dividenden aristokrat aber natürlich wurde die dividende nicht immer gesteigert aber wir sehen ja schon wir haben es auf jeden fall mit einem qualitätsunternehmen zu tun der zuwächs der dividende auf die letzten zehn jahre betrug 14,16 prozent auf die letzten fünf jahre wurde es etwas weniger mit nur sieben prozent und zuwächs der dividende geschätzt mit zwei prozent fällt etwas schwach aus ich schätze hier die dividenden wachstumsrate schon etwas höher aber das wird sich zeigen in zukunft auf jeden fall haben wir eine sehr hohe stabilität der dividende ähnlich sieht es auch beim umsatz aus hier haben wir auch 0,97 bei der stabilität und den fairen wert werden wir uns später noch etwas genauer ansehen aber wir sehen ja schon das unternehmen ist definitiv nicht massiv über oder unter bewertet sondern eher in einem fairen bereich schuldenquote dazu kann ich dann auch noch etwas sagen aber fuchs petroloop sehr gut aufgestellt eigentlich quasi schuldenfrei und sehr viel cash am konto eine blitz saubere bilanz und was ich noch ergänzen möchte zu vorher was mir sehr gut gefällt wenn das unternehmen wirklich von einer familie geleitet wird und diese auch selbst größter aktionär sind hier gibt es interessensgleichheit das bedeutet die familie fuchs ist nicht an dem nächsten quartals ergebnis oder an einer gehaltserhöhung interessiert die profitieren genauso wie wir an steigenden kursen und dividenden und sind wirklich langfristig interessiert das unternehmen zu führen kommen wir zur wachstums analyse von fuchs petroloop die blaue treppe mit den dividenden steigerungen jedes jahr höhere dividende und in grün sehen wir hier den gewinn pro aktie sehr schön von links unten nach rechts oben also haben wir es definitiv mit einem qualitätsunternehmen zu tun ich habe hier wieder mal ein beispiel ausgerechnet was wäre passiert wenn wir hier 2002 am 31 12 investiert hätten warum habe ich genau dieses datum genommen weil wir ab diesem zeitpunkt im aktienfinder gute daten haben und damals hätte eine aktie von fuchs petroloop 1 euro 24 gekostet das bedeutet wenn wir 1000 euro investiert hätten hätten wir 806,45 stück fuchs petroloop aktien bekommen heute steht der kurs bei über 40 euro und somit hätten wir heute einen depot wert von 32 935 euro da ist die dividende aber noch nicht dabei unglaublicher wert wenn wir hier jetzt noch die dividende dazu zählen hätten wir in dieser zeit 8 euro und 7 cent pro aktie dividende bekommen das bedeutet viel mehr als wir damals investiert hätten das wären 6500 euro die kommen noch dazu und was hätten wir für eine dividenden rendite auf den einstiegskurs ja sehen wir uns das an 0,95 euro dividende heute damals ein einstiegskurs von 1,24 also hätten wir circa 75 prozent dividenden rendite auf den einstiegskurs ja unglaubliche werte wir sollten im ganzen aber nicht zu viel bedeutung schenken denn fuchs petroloop ist natürlich ein eher kleines unternehmen und konnte in dieser zeit sehr stark wachsen in zukunft wird es nicht mehr so stark sein nehme ich einmal an aber dennoch denke ich dass man mit fuchs petroloop eine gute aktie im depot hat und auch in zukunft profitieren wird von den dividenden und kurssteigerungen wie sieht es mit der aktuellen bewertung aus ja wir haben hier einen kurs von 40 euro fairer wert laut dividende liegt auch bei 40 euro fair value kcv bei 34 50 und fair value kgv bei 35 ja das unternehmen ist vielleicht leicht überbewertet aktuell der kurs wieder ein bisschen in die höhe gegangen aber grundsätzlich eher noch in einem guten rahmen wo man fuchs petroloop meiner meinung nach schon einmal genauer untersuchen sollte ja kommen wir zur seite alle aktien und schauen wir mal was die experten da auf dieser seite zum unternehmen sagen und hier sehen wir schon den alle aktien qualitäts score fuchs petroloop erreicht sieben von zehn punkten was für punkte gehen verloren naja es sind eigentlich nur die erwarteten punkte nämlich umsatzwachstum für die nächsten drei jahre ebit wachstum und die rendite erwartung die vergangenheit sieht sehr gut aus hier konnten alle punkte erreicht werden und peter lynch würde fuchs petroloop als average grower einstufen das bedeutet kaufen wenn die wachstumsaussichten intakt sind und die bewertung im historischen schnitt liegt burggraben haben wir auch die guten kundenbeziehungen und individuelle produkte die auf die bedürfnisse zugeschnitten sind zusätzlich haben wir natürlich hier den marktführer im bereich schmierstoffe wodurch definitiv auch eine preissetzungsmacht für fuchs petroloop gegeben ist zum abschluss kommen wir noch zu den dividenden tv investment kriterien jene kriterien die ich heranziehe um zu entscheiden ob ein unternehmen für mich langfristig interessant sein könnte als investment wir haben hier das erste kriterium den burggraben haben wir gerade besprochen dieser ist bei fuchs petroloop gegeben langfristig steigender gewinn und umsatz können wir definitiv auch einen punkt vergeben das unternehmen hat es in den letzten jahren und jahrzehnten geschafft von einem kleinen unternehmen wirklich in den mtax aufzusteigen und ein großes unternehmen zu werden die dividenden politik rendite mit über zwei prozent ist für mich auf jeden fall in ordnung kontinuität auch eines der besten unternehmen was die kontinuität betrifft in deutschland ausschüttungsquote mit 50 prozent auch im moderaten bereich und das wachstum zumindest in der vergangenheit sehr ordentlich daher auch eine dividenden perle auf die viele dividenden investoren schon mal gestoßen sind wenn sie selbst einen screener oder ähnliches verwendet haben dann haben wir die starke bilanz wie bereits erwähnt blitz sauber kaum schulden und das unternehmen sehr solide finanziert faire bewertung vergebe ich auch einen punkt vielleicht minimal überbewertet aber noch in einem fernen rahmen kommen wir zum fazit ich persönlich halte fuchs petalup noch für kaufenswert der kurs ist jetzt in den letzten tagen etwas gestiegen wo auch der gesamtmarkt gestiegen ist man hätte vor ein paar wochen noch etwas günstiger einsteigen können so habe ich es auch gemacht und habe da mal eine position aufgebaut aber wenn der kurs wieder etwas hinunter kommt kaufe ich auch gerne noch mal nach ich halte fuchs petalup für ein sehr interessantes unternehmen aber für alle die mein depot schon mal angesehen haben fuchs petalup ist eine der kleinsten positionen liegt aber bei mir auch daran dass ich auch die unternehmen ein bisschen nach der marktkapitalisierung gewichten möchte ich möchte nicht ein unternehmen wie fuchs petalup mit demselben gewicht wie zum beispiel apple oder microsoft bei mir im depot haben das würde für mich einfach nicht ganz passen ja ich hoffe euch hat die analyse gefallen und ich bin auf eure meinung gespannt zu fuchs petalup findet ihr dass das unternehmen interessant ist um jetzt einzusteigen oder eher nicht und natürlich bin ich auch gespannt welches unternehmen nächste woche analysiert wird entweder home depot oder waste management ihr könnt wieder abstimmen und ich freue mich dass ihr bis zum ende zugesehen habt lasst mir bitte noch ein abo da und einen daumen nach oben und dann wünsche ich euch noch einen schönen sonntag